Ja, ein neues Video rauskommt. Es ist einfach so kuschelig. Einfach so. Also wollen wir mal so sagen. Es könnte sein, dass ich an dem Finger eventuell eine kleine offene Wunde hatte, aber es nicht gemerkt habe und zufälligerweise einem weiblichen Wesen einen Arschbohrer verteilt habe. Und auf einmal, Bruder, habe ich so einen entzündeten Finger gehabt, Alter. Ich kann es auch niemandem erzählen, Bruder. Ich dachte, das macht nur holle HD, oder? Macht das nicht immer holle? Er hat einfach einen weiblichen Wesen. Die Frage ist jetzt, ich sage mal so, weibliches Wesen ist jede Person, die sich als weiblich identifiziert. Die Frage ist jetzt, könnt ihr auch Dings, ähm, Jappi gewesen sein. Ja, man weiß es nicht. Für euch, okay. Nein, heute leckt nur. Achso. Hä, was? Wait, was? Niemandem erzählen, Bruder, haltet das für euch, okay? Finnland! Das ist Island. Ah, brr. Was passiert jetzt hier? Eiee! Ich jetzt auch. Sag da einfach, oder sag da noch nichts? Ich jetzt auch. Achtung. Hey, diesmal, diesmal ist es nicht so spannend. Weil das, das wusste ich. Twitch ist, glaube ich, obwohl viel mehr Leute Englisch, Spanisch, Portugiesisch sprechen, ist Twitch, glaube ich, das zweitstärkste Land nach, also, oder Sprache nach Englisch in Twitch. Was? Also, das geht gar nicht, ja. Also, es ist einfach nicht zu fassen, das ist einfach solche Pfeifat-Moves. Das ist doch die schon wieder, die auf Sascha geiert, na komm. Irgendwas mit schlucken wird jetzt, komm, pass auf, irgendwas mit schlucken. Ist das Sascha? Die Nasenlöcher. Chat, vorhin habt ihr schon geschrieben, Kuss von Nova, ich weiß es, die Dame mit dem Ding, mit dem Katzen-Headset, jetzt möchte sie Wars und Zocken, ihr könnt gerne rübergehen und sagen, vielen Dank, aber nicht mehr in diesem Schaltjahr. Und sie soll ihr Katzen-Headset absetzen und dann nochmal fragen. Die Säge muss über das Holz schweben, wie als würdest du deine... Junge, aber durch diese Memes wird sie einfach mega bekannt. Wollen wir wetten, diese... Wie heißt die Ding? Wie heißt das? Das, äh, die Dings hier? Starlet. Pass auf mal, pass mal auf. Starlet Nova, pass auf. 1.700 durchschnittliche Zuschauer, pass mal auf. Sie hatte bis vor kurzem noch 200 Zuschauer im Durchschnitt. Im Februar noch. Im März 400 Zuschauer. Dann 800 Zuschauer. Und jetzt einfach 1.800 Zuschauer. Da seht ihr mal, was das ausmacht, wenn man, wenn man in irgendwelche komischen Compilations reinkommt und sich dann einen Namen macht, in dem man, äh, Dings, in dem man, keine Ahnung, auf Sascha oder sowas geiert. Und guckt euch das jetzt einmal an. Trimax folgt dir. UnsupartigTV folgt dir. Reef folgt dir. Orange, Mourange, Aline, The Dark, Revy, Flask. Nur übel große. Holy fuck. Alter, das ist absolut gestört. Das ist wirklich übel gestört. Chat. Vorhin habt ihr schon geschrieben. Kuss von Nova. Ich weiß ja, das ist die Dame mit dem, äh, Ding. Mit dem Katzen-Headset. Jetzt möchtest du... Die Dame mit dem Ding. Streicheln. Wann hattest du das? Wie als würdest du... Jetzt sind dann nochmal Fragen. Die Säge muss über das Holz schweben. Wie als würdest du deine Cousine küssen. Streicheln. Wann hattest du das letzte Mal Sex? Gestern mit deinem Delph. Ich bin eingenehm. Mickey öffnet Post von Zuschauern. Oh, hier ist doch ein Brief drin. Oh Gott. Oh, ich bin gebraucht. Stell dir vor, ich wäre dein Freund. Stell dir vor, wir wären zusammen. Ja. Und du bist mit Nico da am Flirten und so. Ich war nicht am Flirten. Wir haben einfach nur geredet. Ich bin doch nicht kein Kelp, Junge. Ich saß einfach nur neben Nico. Das war dein Problem. Aber das Ding ist, man hat an der Körpersprache gesehen, dass ihr... Das lange nicht gesehen haben, ja. Ach, blöd. Alter, lange nicht gesehen und Blowjob oder was? Was für Dings, Alter. Wir haben von Blowjob geredet. Ich habe doch gehört, ich bin... Ich habe geschlafen im gleichen Hotel, Chad. Und ich höre nur so. Blöd, blöd. Alter, Blowjob. Blöd. Kann man irgendwo Clips schicken? Laut Slavik hat Elena bei dir im Hotel Mundsport betrieben. Was? Was lachst du denn, Digga? Alle, die bei Snapchat Flammen aufbauen, alle, die Rundsnaps verschicken, löscht euch. Ihr seid die größten Vollidioten. Ihr seid die größten Voll-Voll-Ottos. Ehrlich. Ich habe Snapchat Realtalk gelöscht und Realtalk Snapchat ist der größte, da sind die größten Idioten. Wenn da tausend Flammen sind, das Einzige, was ich mir denke, ist, was bist du für ein hobbyloser Trottel? Hör auf zu lügen. Kevin, was war denn gestern Abend? Ja, das Ding ist, Snapchat ist immer so eine Sache. Irgendwie ist das so eine Plattform, die halt so gefühlt komplett tot ist. Aber manchmal hat man dann so, weißt du, wie zu meinem Bruder, ne? Wenn mein Bruder irgendwie Langeweile hat, dann schickt er mir einen hässlichen Snap. Und dann schicke ich den halt einen hässlichen Snap zurück. Ich finde, das hat Stil. Aber dieses auf Flammengeiern ist halt wirklich übel hobbylos. Leute, habt ihr noch Snapchat? Gibt es jemanden, der hier Snapchat hat? Ah, auf die Warte, ne, Warte ist auch eklig, ja? Aber am schlimmsten ist, wenn das hier unten rankommt. Weil dann kann, dann ist die Gefahr da, dass dein Hodensack getroffen wird. Dann bist du tot. Real talk, dann bist du wirklich tot. Leben beendet. Mein Bro, Kacken, Schildkröten? Wie sieht Schildkrötenkacke aus? Habe ich auch noch nie gesehen, ne? So eine Kaninchenkacke? Ey, das würde mich auch mal interessieren. Das sind auch so Fragen, die stellt man sich sonst nie. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, wie Kackenschildkröten... Also ich kann mir auch vorstellen, dass die kleine Scheiße ablassen. Also so kleine Minikacke oder so kleine Streifen ablassen. Das kann ich mir vorstellen. Wie kleine Würmer. Und damit lasst es euch schmecken. Also Bruder, damit bin ich, sage ich ganz ehrlich, nicht so einverstanden. Oh mein Gott, da sind noch zwei andere Polizisten. Ey! Junge, der sticht da einfach Polizisten ganz entspannter. Da lief ja eh das Mittelaltercamp. Ich habe echt schon kaum reingeguckt. Ich habe einmal kurz reingeguckt, da habe ich irgendwie Nico singen und tanzen sehen. Da habe ich gedacht, Digga, komm. Reicht das auch wieder, Digga. Erst mal wieder zugemacht. Ist das nicht der Fußballer? Der, den, äh, Selke. El, 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 Elveni. Wie hieß der? Keine Ahnung, ich dachte, das ist der Fußballer. Krass. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Mim-